hallo meine lieben eine kurzbotschaft was sollst du jetzt erfahren was sollst du jetzt wissen die die kraft die stärke das ist hier leidenschaft das ist hier aber auch ein bisschen dramatik in einer ganz bestimmten angelegenheit könnte es hoch her gehen aber in einem ganz bestimmten rahmen also eine eine ganz bestimmte grenze wird nicht überschritten werden brauchst du keine gedanken machen es ist auch hier etwas du wirst sehr viel energie bekommen du wirst auch sehr viel energie haben in eine ganz bestimmte angelegenheit auch diese energie einfließen lassen ich habe hier aber auch das themen das unter einen hut bringen können das mit etwas umgehen können und im endeffekt macht dich das ganz ganz stark und die stärke wusste auch nach außen ausstrahlen